Hallöchen und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Minecraft. Ja, heute wird kein neues Gebäude verbaut, weil wir haben ja jetzt neue Gebäude verbaut, drei Stück. Und die müssen natürlich jetzt erstmal anständig angebunden werden. Sprich, Wege gemacht, Terraforming und so weiter und so fort. Hier müsste ich rein theoretisch nochmal in den Creative gehen, nicht wahr? Weil ich werde die Wolle, die hier ist, werde ich jetzt nicht im normalen Modus abbauen. Ich weiß nicht, so habe ich die im Inventar und das will ich nicht. Ich will die nicht im Inventar haben. Ja, dann machen wir das mal ganz kurz. Ich muss mich das mal kurz da hinlegen. Das ist halt hier das Wasser, ne? Ja, dann machen wir das Wasser einfach mit einem Grasblock weg. Und später passe ich das dann an. Ja, ne, also, ihr wisst ja, ich arbeite nicht so gerne im Creative. Das war ja normalerweise nicht immer im Let's Play. Aber das sind ja die Community-Häuser. Ein bisschen was kann man da durchaus schon mal machen. Das sind halt die ganzen Gebäude aus dem Livestream. Und sonst hätte ich jetzt die ganze Wolle hier im Inventar. Und das wäre auch doof. Ich meine, ich kann sie hinterher wegschmeißen, aber trotzdem. Das machen wir mal kurz schnell so weg. So, dann könnten wir da noch ganz kurz schummeln, theoretisch. Und könnten uns die Mitte dadurch so suchen. Haha, für den Tunnel. Und das hier, das passt wir dann demnächst an. Da müssen wir dann natürlich gucken, wie wir das hier mit dem Wasser anstellen, dass das schön aussieht. Weil ich würde das Wasser eigentlich gar nicht wegnehmen wollen. Das ist ja nicht ganz gut so, wenn hier ein bisschen Wasser ist. Vielleicht irgendwie so wie eine Art Damm. Dann ist halt das Gebäude so quasi zu tief gebaut worden. Und deswegen müssen sie hier einen Damm erschaffen oder so. Ah, da findet man schon eine Lösung. Dass das gut ausschaut. Notfalls werden wir einfach das... Gut, das vermisse ich jetzt gar nicht mehr. Gut, falls werde ich einfach das Wasser um eins tiefer machen. Aber ich kann es ja nicht einfach so wegnehmen, ne? Da lang. Das Schild ist gut. Das Schild ist gut. Da lang. Wetten, dass ich das damals übersehen hatte, als ich das Gebäude schon mal verbauen wollte? Ich wette, ich habe das Schild da nicht gesehen. Ja, damit dem Wasser muss ich mir das einfallen lassen, wie wir das hinbekommen. Aber wie gesagt, weilweise mache ich es einfach eins tiefer. Und trage dann das Wasser oben eine Schicht ab. Dann dürfte es auch funktionieren. Hier das Gleiche. Hätte ich das Gebäude doch eins höher setzen müssen. Dass ich das nicht gesehen habe. Verdammt. Jetzt ist es zu spät. Kann ich das nicht mehr ändern? Gut. Ja. Ja, es ist schade. Ich hätte es wirklich eins um eins höher setzen müssen. Nein. Nein, nicht alles wegschwimmen. Nein, ist gut. Ich habe den Teppich hier weggeschwemmt. Hat auch seine Vorteile. Von daher. Oh, 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 oh. Der ganze Teppich weg. Oh, schön. Ich müsste nicht selber weg wollen. Ja, hier über vorne geschwemmt hat sie. Nein. Oh, der ist noch weg. Ja, doch, im Nachhinein ärgert mich das jetzt schon. Dass ich das immer eins zu tief gesetzt habe, das Gebäude. Für das mache ich mir halt normalerweise sicher als Kopien. Aber das ist mir halt irgendwie nicht so wirklich... Ich habe das nicht so ganz realisiert im Nachhinein, als ich es mir nochmal angeguckt habe. Ich habe zwar gesehen, dass ich das mit dem Wasser ausbessern muss. Aber irgendwie habe ich es trotzdem nicht realisiert, dass es einfach schlichtweg bedeutet, dass das Wasser zu hoch gesetzt ist. Äh, das Gebäude zu tief. Verdammt nochmal. Oh, so. Hier nochmal. Ja, gut. Kriegen wir schon hin. Ich meine, wahlweise könnten wir ja auch einfach das hier weiter so noch ziehen. Aber das will ich irgendwie nicht. Weil das hat schon seinen Grund, dass es hier höher ist als hier. Das ist bewusst so gemacht worden. Also wäre das ein bisschen doof. Nee, werden wir mal gucken. Vielleicht machen wir ja auch irgendwie so einen Zaun oder so hin. Dann gehört das so. Mit Zaun müsste das ja auch funktionieren. So, dann werde ich mir aber die Zeit jetzt hier nochmal ganz kurz nehmen. Und hier jetzt genau geradeaus durchfliegen. Zack. Ja. Ich mache da mal kurz einen Klöppel hin. Das ist genau diese Reihe. Okay. Da ist die Mitte. Dann haben wir nämlich das auch. Dann weiß ich das jetzt. Dass das die Mitte ist. Das heißt, wir machen da ein Loch rein. Ups, nein, 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 noch nicht. Schmeißen das weg. Schmeißen das weg. Ziehen das wieder da runter. Und dann gehen wir wieder in den normalen Mod. Game. Mode. Null. So, jetzt fangen wir mal richtig an zu bauen. Und zwar müssen wir jetzt einen Tunnel nach hinten graben. Was bedeutet, dass dieses Zimmer hier jetzt verschwinden wird. Und zwar ganz verschwinden. Tut mir ein bisschen leid für das Zimmer. Aber das Zimmer muss jetzt weg. Das wird aber auch bedeuten, wiederum, dass der Tunnel, der hier ist, der Flur hier wahrscheinlich, ja. Der muss auch weichen. Das heißt, wir müssen das ein bisschen umbauen. Aber das finde ich nicht schlimm. Ich will den Tunnel hier durch haben. Von daher graben wir uns jetzt einfach mal hier durch. Gebt uns auch ein paar Ressourcen. Immerhin. Wie gesagt, das Einzige, das blöde ist, dass das halt wirklich bedeutet, jetzt dadurch, dass ich hier einiges umbauen muss. Naja, komm. Gut zur Lücke. Ich habe das sowieso nie großartig verwendet. Dann kann ich das auch umbauen. Ich habe da nie großartig was gemacht da drin. Fackeln hätte ich mir vielleicht mitnehmen können. Oh, wir sind schon durch. Ging schnell. Was ist denn da hier für ein Schild? Polarwolf. Ah ja. Und Silariel. Beiden haben das ja gebaut. Also, ich bin ja nicht mehr great, weil da funktioniert das nicht mehr mit Hochfliegen und so. Nimm Julia. Okay, da wird es halt dann ein bisschen tiefer. Gut. Jetzt hat die Frage, wie hoch wir das Tor machen wollen. Das ist eins auf alle Fälle, ne? Ich sollte erst mal das Tor als solches bauen und dann entscheiden, wie viel ich davon ausfüllen muss. Wird mehr Sinn machen. Erst mal das Tor als solches bauen. Das heißt, ich nehme jetzt, wie ich die ganze Zeit creative spielen will. Das hier mal weg. Das hier mal weg. Ach, das wollte ich gar nicht bauen. Nee. Baue ich ja mal kurz zu. Nicht viel, nur zwei Reihen baue ich jetzt mal zu. Das gleiche hier drüben. Bauen wir auch mal zwei Reihen zu. Das mache ich jetzt deswegen. Ich weiß, es ist jetzt Cleanstone-Verschwendung wahrscheinlich. Aber das mache ich jetzt deswegen, weil ich so sehen will, wie genau am Ende der Tunnel aussehen soll. So. Das ist auf alle Fälle die Mitte. Es muss zwei breiter werden. Weil das ja drei breit sein wird, der Weg. Dann würde ich es noch eins höher machen. Ja. Das, denke ich, passt auf alle Fälle schon mal. Und dann würde ich hier... Das so... Na, nicht so. Na. Setz dich doch richtig hin da. So mal. Den ganzen Weg komplett so bis nach hinten. Ja, doch. Ich denke, das würde passen. Kompletten Weg würde man dann so bis nach hinten machen. Könnte dann vielleicht hier schon noch eine wegnehmen. Und könnte da noch, keine Ahnung, einen Huffstep oder so reinsetzen. Aber ich glaube, das kommt nicht so schön. Das heißt, der Tunnel wird einfach mal so durchgezogen. Und den Rest müssen wir halt dann wieder zubauen. Ja. Wie war das denn am besten? Terraform? Das weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht so genau. Das muss man hier aber auf alle Fälle erst mal zumachen. Da packe ich mal eine Fackel rein. Dann kann ich nämlich hier ein bisschen Cleanstone sparen und kann das da einfach zulassen. Muss das nicht komplett zubauen. Hier war dann die Tür. Oh, hier müssen wir auch nochmal ein bisschen ran. Ja, ich muss definitiv Cleanstone holen. Wir brauchen ganz, ganz dringend Cleanstone. So. Passt. Und so jetzt einfach mal durchziehen. Bis nach hinten. Ah, das war Quatsch hier, ne? Dass ich hier das so gemacht habe. So, das müsste so. So, jetzt dann. Und den Rest müssen wir dann mal gucken. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das umändern soll. Na, ich finde da schon eine Lösung für. Irgendeine Lösung findet man da schon für. So, glaube ich, war es ja, oder? Ja, passt. Nicht, dass ich jetzt plötzlich anfange, nicht mehr zu wissen, wie viel ich abtragen muss. Am Ende muss ich den Tunnel nochmal neu machen. Ähm. Ich glaube aber, dass ich trotzdem erst mal nicht viel hier machen werde. Also sprich, dass es mir relativ egal sein wird, dass hier dadurch jetzt, ähm... Ja, sag ich mal, die Wege hier innerhalb von diesem komischen Komplex abgeschnitten sind. Weil wenn man so sagt... Wie gesagt, ich hab's damals schon nicht verwendet. Also ist es ja wurscht, wenn da jetzt ein Teil dann abgeschnitten ist, oder? Auf der anderen Seite ist es halt, auch wenn ich es nicht verwende, heißt es nicht, dass man es nicht so bauen kann, dass es verwendet werden kann. Als das andere wieder. Ah, wieso machst du das falsch? Das ist alles nicht richtig, das ist... Nee. Ja, ich schon wieder. Ah. Schlimm, schlimm, schlimm. Naja. War jetzt erst mal hier brav wegbauen. Die Spitzhacke, die, äh, wird sich auch bald dem Ende zuneigen. Ja. Ja, ist nicht schlimm, wir müssen ja eh bald raus und, äh, nochmal Cleanstone in den Ofen schmeißen. Kann mal die Spitzhacke gleich mal reparieren gehen. Weiß nicht, ob wir eine neue machen sollten. Ich denke, ich werde einfach ein, zwei Diamanten rein investieren. Für das habe ich mir ja extra die Diamanten mitgenommen. Das ist, glaube ich, besser, als wie nochmal eine komplette zu machen, weil die ist verzaubert, die Spitzhacke, und das würde mich, keine Ahnung, wie viel Erfahrungspunkte kosten, wenn ich die da jetzt noch, äh, ja, verzaubern würde. Äh, oder komplett ver... äh, ver... ja, reparieren würde. Hm. Das bessern wir hier gleich aus. Ja, wobei, der Tunnel hier ist wurscht, weil der hier ja theoretisch ja nur zu dem Zimmer hier hinten geführt hat. Das heißt, hier können wir tatsächlich zumachen und das ist kein Problem, weil das hat ja nur zu dem einen Zimmer hier hinten geführt. Das Zimmer hier hinten existiert ja nicht mehr. Hier das gleiche. Also, die Treppe ist hier eigentlich total... die verläuft dann jetzt ja einfach nur ins Leere und die hat auch vorher nur den Zweck gehabt, so... in diesen... Nee, die Treppe hat den Sinn gehabt, dass man überhaupt nach unten kommt. Da kommt man halt jetzt erst mal nicht nach unten. Pech gehabt. Muss man oben rein. So. So, das kann man ja auch von oben, äh, von unten reingehen. So. Muss ich halt gucken, der Durchgang, damit der halt halbwegs schön aussieht. Der soll halt schon, schon aussehen. Es wäre halt doof, wenn wir da keinen schönen Durchgang rauszaubern würden. Das ist nur am Anfang. Ich würde das jetzt nicht den ganzen Tunnel so durchziehen, sondern das hier wirklich nur am Anfang. Geh hier hin. Backen halt schon wieder, finde ich super. Sieht halt dann jetzt doof aus, weil die zwei Steine backen. Oh, hört doch zu bang auf. No, nicht so. So. Ist halt so. Ist nicht richtig. Sieht nicht gut aus. Ist immer kein Cleanstone, ne? Ethisch. Auch nicht gut. Aber das mit dem Bugs nervt. Das sieht so auf aus. Ich könnte schummeln. Das sieht man halt nur leider. Ne, das sieht man nicht, sobald ich die Stufe hier angebracht habe. Connected halt hier. Das ist Einsügel. Aber das wäre jetzt nicht so schlimm. Da muss ich es aber hier auch machen. Wegen dem Connecten. Ah, das war falsch. Julchen! Mach das doch richtig! Äh, also wieder hier schummeln. Die da so hin. Tschak. Die da so hin. Tschak. Ist ja wurscht. Und wenn man das von hinten connected hat. Ist ja egal. Und das müsste man... Ja, hier kann ich es aber fast nicht machen. Oh. Ja, ist aber nicht so schlimm. Kann man jetzt mal so lassen. Die müssen wir eine Reihe weg machen. Mindesthins. Ah, das ist halt nervig mit diesen Texturen-Bug hier. Nee, doch nicht da hier. Sieht auch gut aus. Ja, ich brauche Clean Store. Ich habe doch zwei Clean Store. Na dann. Ah, wir lassen das jetzt so. Aber sollte ich das hier dann... Nee, Stufen. Ich werde nie Freunde. Ah, jetzt connected ist aber hier nicht mehr. War das hier so durchziehen bis nach hinten? Sollte ich fast machen, oder? Dass es einfach besser aussieht. Ja, doch. Dann machen wir das hier noch so. Und dann denke ich, dürfte der Tunnel bis nach hinten so passen. Und dann müssen wir halt dann noch den Weg durchziehen. Aber man sieht auf alle Fälle, dass hier hinten was ist. Die Beleuchtung brauchen wir halt später auch noch. Ja, ich weiß nicht. Ich hatte halt irgendwie so im Kopf so ein bisschen eine Idee, wie der Tunnel aussehen könnte. Aber am Ende ist es nicht ganz so geworden, wie ich mir gedacht habe. Ich glaube, ich hatte irgendwie an was ein bisschen Größeres gedacht. Wenn ich es größer gemacht hätte, hätte ich es auch schöner ausschmücken können. Mit den Stufen und so weiter. Aber ich glaube, größer hätte hier gar nicht hingepasst. Alleine vom Aussehen her, glaube ich, wäre größer nicht so schön geworden. Das muss man eigentlich fast hier auch noch mal so machen. Und es backt hier wieder. Es ist doch zu. Oh, ihr wisst schon was. Dann lassen wir das hier jetzt einfach so mal erstmals. Da müssen wir ja sowieso noch einen Weg nach unten machen, damit wir hier dann auch rauskommen aus dem Tunnel. Also sprich eine Treppe. Ab wo sollen wir denn die Treppe machen? Gleich ab hier? Könnte man eigentlich. Könnte ich ja schon mal hier quasi die ersten Treppenwandsätze machen. Sag mal, haben sogar diese Stufen diese Box? Boah, wie nervig ist das denn? So. So. Ja, Mann. Hier so hoch gehen. Genau. Oh, das ist echt nervig. Ohne Scheiß. Entschuldigung, aber es nervt. So ein bisschen. So, und hier müssen wir das auch noch kurz machen. Den Rest machen wir dann nächste Folge. Oh, manchmal ist Minecraft frustrierend. Minimal. Aber nur minimal. Wieso? Da? Da haben wir keine Stufe mehr. Ich mache mal eine Stufe mehr. Nee, aber ich habe hier solche Stufen herum. Weiß nicht, ob die backt. Ja, die hat gebackt. Ja, die backt hier nur rum. Genau. Dann würde man hier runter gehen können. Dann weg noch hier nach vorne. Den Kies und so weiter. Und hier dann nochmal solche Steine hinpacken. Also sprich da. Das passt eben ja auch ganz gut, weil der Weg hat ja auf der Seite ja auch die hier. Das passt dann, denke ich, ganz gut. Und in der Mitte dann den Kies. Und dann halt nochmal gucken, wie viel war davon dann da noch wegtragen. Oder ob wir das hier dann so lassen. Muss ich noch schauen. Aber wir könnten es rein hier durchzulassen. Naja, trotzdem hier. Die Abgrenzung. Ist ja wurscht. Boah, hell. Aber man sieht, dass da hinten was ist. Das ist eigentlich das, was ich bezwecken wollte. Der Durchgang ist leider nicht ganz so schön, wie ich erhofft habe. Aber da, vielleicht fällt mir da irgendwann nochmal eine andere Idee ein. Erstmal würde ich ihn so lassen. Und ich würde mich verabschieden für heute. Das heißt, danke schon fürs Zuschauen, ihr Lieben. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.